hallo herzlich willkommen wieder bei la komba so ich wollte euch einfach mal hier meine raketenbasis zeigen und zwar ja ganz einfach schnell und primitiv gebaut ein holzbock aus dem baumarkt kunststoffrohre bzw holleitungen auch aus dem baumarkt eine konterlatte das ganze mit heißkleber verklebt und das war es auch schon funktioniert wunderbar sieht cool aus und was soll man noch dazu sagen bestückt ist das ganze hier mit titanium rockets von funke schöne raketen schreibt mir lasst mir kommentare da was ihr so macht oder wie ihr das ganze hier abfeuert eure raketen in diesem sinne bis bald la komba grüßt euch haut rein tschüss